2002 in Betrieb genommene SeaDream 1 ist eine Luxusjacht der Extraklasse. Für eine ausgewählte Anzahl von 112 Gästen verspricht das 104 Meter lange Schiff der Reederei SeaDreams Yacht Club ein besonderes All-Inclusive-Reiseerlebnis. Die Kabinen der SeaDream 1 sind elegant eingerichtet und mit jedem erdenklichen Komfort ausgestattet. Ihnen stehen 55 Kabinen und großzügig angelegte Suiten zur Verfügung. In jeder Kabinenkategorie werden Sie vollkommenen Luxus und umfangreiches Entertainment erleben. Der 24-Stunden-Kabinen-Service sorgt dafür, dass Ihnen kein Wunsch unerfüllt bleibt. Entspannen Sie am Pool, im Jacuzzi oder einfach in der Sonne an Deck. An Bord der SeaDream 1 erwartet Sie ein umfangreiches Wellnessangebot. Lassen Sie sich vom professionellen Personal mit Massagen und Beauty-Behandlungen verwöhnen. Auch eine große Auswahl in erstklassigen Pflegeprodukten und aufbauenden Kuchen stehen Ihnen zur Verfügung. Genießen Sie die frische Seeluft und lehnen Sie sich entspannt zurück oder bleiben Sie in Form mit den modernsten Fitnessgeräten. Ein Highlight ist die Auswahl verschiedenster Wassersportgeräte. Kommen Sie Ihrer Abenteuerlust beim Wasserski nach oder genießen Sie den Blick durch die Glasböden der Kajaks. Auch an Land warten zahlreiche Aktivitäten auf Sie. Entspannen Sie bei ausgelassener Stimmung an Deck und lassen Sie sich vom All-Inclusive-Service verwöhnen. Probieren Sie von einer Vielzahl raffinierter Speisen und exzellenter Weine. Ob an Deck oder im edlen Dining-Salon, Sie werden täglich mit frischen Gourmet-Spezialitäten verzaubert. Das Markenzeichen der Sea-Dream 1 ist der Champagne & Caviar Splash mit einem feinen Gourmet-BBQ an traumhaft weißen Stränden. Abends erwarten Sie stilvolle Drinks und Entertainment in der Top-of-die-Jacht-Bar. Ein Erlebnis der besonderen Art sind die Starlight-Movies auf dem Pooldeck. Auf balinesischen Betten haben Sie dazu die Möglichkeit, eine Nacht unter freiem Sternenhimmel zu verbrennen. Lassen Sie den Alltag zurück und erleben Sie eine unvergessliche Luxusreise an Bord der Mega-Jacht Sea-Dream 1. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite oder rufen Sie uns kostenlos an. Wir freuen uns auf Sie!